Willkommen heute am ersten Messetag hier auf der Visio Tirol, der Tiroler Bildungsmesse für Lehre, Beruf, Studium und Weiterbildung. Heute wird die Visio eröffnet. In drei Tagen können sich junge Leute, aber auch Eltern einen tollen Überblick verschaffen, was in Tirol möglich ist. Im beruflichen Bereich und auch im Bildungsbereich. Und es ist auch schön, dass heute zahlreiche Industriebetriebe, auch andere Betriebe hier bei der Messe vertreten sind, wo sie junge Leute einen tollen Überblick verschaffen können.